Ich bin's da wieder zu einem neuen live stream auf dem Kanal und ja, ihr seht wir haben hier den Dragon Keeling, mit dem werden wir jetzt in Fahrt und Dura zurück und ich würde sagen, let's go. Äh, ja, nicht dass du denkst, ich hab keine Skins, natürlich hab ich Skins. Ich hab einen Skins. Ist bei dir ein Stil, wie du? Nein. Der wurde wieder rausgenommen, weil es da Fehler gab. Mann. Na, du Mieser. Ich bin eine Stufe vor dem. Hast du fast noch vier raus? Ja. Ja, ich hab gerade eben erst den Helden bekommen. Den Helden? Ja, ich hatte mir nämlich den Helden. Ach, den Helm. Von Omega. Ja, ja, ich hab den Helden gekauft. Ist weg. Kannst du bauen und so? ich will nur schon mal sagen ich bin nicht der beste im nahkampf ja kann man sagen im snipen auf jeden fall ich habe gerade eben 4 kills mit sniper gemacht und während die gelaufen sind ich war ich habe ein komplettes quad lassen ich hatte so ganz normales ich bin gerade eben 6er platz im solo vs squad geworden ja gut wenn du von jeder seite angeschossen wirst wirklich von jeder seite hier vorne beim berg ja ich hasse diese menschen ja und dieser team der mich gegriff hat war einfach los ich dachte so dass er wirklich nur auf Augenblick gespielt hat wann 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 hast du gerade eine Runde gespielt wurdest du gerade gesnipet also in der Runde davor nein warst du hier in Zolti im Endfight also ungefähr im Endfight nicht ich habe nämlich ein ich habe nämlich einen Omega-Skin-Kind nee das ist für mich nicht gewesen ähm gerade eben war ich aber warst du gegen Zolti? ok dann hättest du vielleicht ein Kind aber ich war hm was war das? wo war das? hier war Endgame hier war Endgame ich hab nach hier drauf aber das Endgame leider ich hätte mich eigentlich zu Endgame hier vorgestellt aber mein Endgame war so hier ok sind wir keine mehr? ja ein Zolti war gar keiner ich hab keinen gesehen ich hab keinen gesehen auf einmal es müssen so viele Leute immer zünden oder ich hab einen Sniper ich hab einen Sniper ich hab einen Sniper hast du eine Bolt oder ja gewehr ich 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 hab einen Sniper boah ja gib mal ja please ich ich kannst du gehen wenn du nirgern kommst auch eine Diegel ne ah ne oh ich hab eine neue Waffe lol ich markier mal genau da wo die Waffe ist die sieht aus auf dem Dach oder in dem Dach ob das Haus rausgeht also hör mal hör mal hin welche ist das? ist das das neue? jaja ich hatte die auch im Endgame im Endgame aber wir sind ja jetzt gerade noch komplett in der Runde ja ja ich hatte die auch schon vorher ich hab die im Endgame genutzt achso ja ich mag die Waffe nicht so weil das war meine Kämpferbrücke wo bist du ich hab noch ich hab noch ich hab noch ich hab noch Moment diese Zwerge ne ich hasse sie ich hab ich hab jetzt auch die Waffe welche Farbe? hm? welche Farbe? also ja die willst du eine goldene? ja ja liegt bei mir oben im Haus das ist nämlich dann dann erst immer wenn man es wirklich geht hier äh 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 ja kann ich schon äh öh ja ich hab mit Ich hab auch einen großen Trank. Wir können beide mitnehmen. Oder einmal zwei. Keine Ahnung, mein Sohn. Naja, wäre besser, wenn du oder ich genockt wär. Und dann auf einmal ... Wir haben eben ... ... ein bisschen ... ... ein bisschen ... Ich hab auch einen großen Trank. Ich hab auch einen kleinen Trank. Oh ja, das ist ein Granat. Ist ja ... ... die ... ... die ... ... die ... Oh, wie viele kommen denn hier? ... die ... ... die ... ... die ... ... die ... ... das ... ... alles ... Hilfe, Hilfe. ... ... ... ... Was war denn das von dem Typen? Ist er zufrieden? Nein. Lass uns den Buo. Muss ich den Schilddrang nehmen? Kommt. Er ist unter uns. 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 Was ein ehrenloses Bastardkind, Alter. Ja. Genau. Es gibt den Headshot verachtsamen. Ja, die Pump ist lächerlich. Oder schon, find's. Keine Ahnung. Ich hab zufrieden wieder nicht mit den Waffen mit dem 2 verletzt. Ich muss mehr mit dem spielen. Welches Level ist es eigentlich? Ähm. Ich bin 60 und Battle Passstoffe 4 nutzt. Oh, du bist 5 Level höher als ich. Aber ich hab mir, wie gesagt, ein paar Stunden drauf. Weil ich so Angst hatte, den Omega-Skin nicht mit dem Helm zu bekommen. Und ich mag ihn als er bezahlen. Oh nein, finde ich den irgendwie hackig. Das wurde auch mal im Video gezeigt. Hacksotter. 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 Ich war gerade nicht da, sorry. Ich hätte gefragt. Ich hab gern den. Das war Spandau. Das war Spandau. Laura. Paulettelatens! Spandau. Ich hatte mit Spandau. Spandau noch. Hensitka, ich war überhaupt nicht? Was ist denn Spandau? Ne, keine Ahnung, wie bloß Safeotter ist. Allerdings nicht flegesente. Paletti! Palutenland! Mir fällt gerade auf, ich habe vor langem kein Palut mehr geguckt und auch Jamin das Play. Ja, du sitzt da falsch. Ich habe oft einen Kitzler gelegt. Aber man muss nicht ehrlich sein, er spielt nur GTR und er macht nicht irgendwie so andere Sachen. Ich bin nur GTR. Das ist ein bisschen nervig. Ich gehe im Mittelhaus. Geh runter, los! Aber nicht runter. Mit meiner Katze. Mit meiner Katze. Jetzt kannst du hoch. Ich hätte dich nur alleine? Nein, der hat kein Essen bekommen. Aber der sollte von seinem Grasbau runtergehen, aber hat er nicht gemacht. Äh, ich hab nichts mit dem Baum. Kommst du mal bitte dahin, wo ich bin? Äh, ich hab selber nur 60 Sachen zu bauen. Und hier ist noch eine Kiste. Nee, ich bin doch gestorben. Ich dachte, du musst mich dann heilen. Deswegen. Sagt sie, komm bitte her. Also, wenn ich vielleicht heilen kann. Und dann am Boden. Also, ich hab etwas, was dir weiterhelfen kann. Sehr gut weiterhelfen sogar. Es ist legendär. Und man kann es trinken. Ein Sack-Ack-Sack. Ja, hab ich leider nicht. Und das können Sie mir helfen. Ja, ich weiß. Hast du einen? Aber ich hab auch Bandages. Und Minis. Nee, Bandages hab ich nicht. Aber Minis. Ich hab vier Minis. Oh ja, mein Bruder, was ist das schon wieder für Equipment? Und? Schon wieder in das Neibau bekommen, Brudi? Ich hab mehr Limp-D. Könnt ihr? Willst du es warm? Nee, nee. Nee, ich geb nicht schon wieder. Ich geb nicht schon wieder mein Blaustrum-Gewerb. Um-Gewerb. Ich schau! Sein Blaustrum. Wirst du tauschen? Wirst du tauschen? Wie? Ja. Gegen was? Blaus-Gewerb. Blaue-Dings. Blau-Burst? Nee. Ich mag nur das. Belastend. ich brauche eine bei mir ist es nur ein slipper und liegen noch und liebten schlaf Aber nimm nicht den Slop. Was ist denn? Nimm erst Bandages. Ich hab keine. Warte, ich komme. Ich hab aber auch so viele Waffen. Ich kann die Bandages nehmen. Ey! Wo haben wir die Flügel gemacht? Okay. Scheiße! Was war ich denn? Oben liegt auch noch ein Slop. Ganz oben. Ganz, ganz oben. Nicht da oben. Das andere oben. Da, wo dieser große Mast ist. Bruder! Wieso kann ich ihn? Jetzt kann ich ihn bringen. Wollen wir fragen, wie sie das denn trinken? Äh, wollen wir mit Einkaufs machen? Wo ist denn er noch? Ähm, komm. Wollen wir mal mit? Ich weiß nur eigentlich, dass es eigentlich immer so ist. Hier ist einer. Entschuldigung. Hm, ich nehme eher noch mal. Hier ist vorne rein. Hier ist vorne rein. Komm, nein. Dann. Guck mal! Die ganze Zeit, der… Oh, den hat sich auch, den Franzauber. Guck mal. Da hab ich verkauft. Guck mal. Ich habe Zeit, ich habe Zeit. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal, das so ist echt ein paar Jahre. Ich will mich lieben, Kassels mitzufahren, ich will wieder selbst steuern. Der Omega schiebt den... Schieb mich hoch, mein Diener. Das Mom steht da drauf. Ist das Mom oder ist das Mom? Keine Ahnung. Ach, Noms. Oh, lol. Geh mal rechts, also gehst du. Das ist nicht rechts. Äh, Dings. Ich bin auf die Goldskala losgelaufen. Warte, eine goldene Skala. Ich hab jetzt eine goldene Skala. Guck mal. Wieso? Ich mag Skala. Ja. Du bist ja der Fernkampfbruch. Wir checken noch ab, ob die Leute noch reinkommen. Nicht bauen! Wieso? Ich wollte dich einbauen. Oh mein Gott, wir müssen selber bei uns. Ja, ja. Wurste noch ein langes bisschen. War eine gestickt? Hm. Hat eine gestickt? Nope. Hallo? Ich hab mal getroffen. Was denn? Was denn? Ich hab jetzt gar nicht gemacht. R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. Ich brauch ne zweite Pumpgun. Oh, guck mal da oben ist eine. Wie ist das Doppel? Wie ist das Doppelgarn? Wie ist das Doppelgarn? Wie ist das Doppelgarn? Oh, der unten ist eine. Und unten war auch eine. Blaue Pum. Wie ist das Doppelgarn? Wie ist das Doppelgarn? Wie ist das Doppelgarn? Wiemlich lieber mit als denn eine kleine Zühlfrau. Haha. Völgelaufen. Was politisch war Hahaha. Nein! Boah, hast du keine Materialien oder was? Doch, ich hab das 300 Holz. Spass 400. Hast du es da? Ja. Hast du es? Äh, ne, ich denk das ist es nicht. Ich hab keine Ska, ich hab nur eine E. Sag jetzt nicht, du hast die Ska weggetan! Ich hab nicht weggetan, das ist nicht ehrlich. Guck, guck. Wann ist das so? Ich hab nicht weggetan, du hast es nicht weggegelt. Das ist so. Wann ist das so? Ich hab nicht weggetan, du hast es nicht weggegelt. Das ist cool. Das ist doch echt gut. Das ist echt schön. Scheiße, falscher Schwung. Was? Oh mein Gott, da unten ist jemand. Nein. Doch. Nein, Aura. Ich hab hier einfach einen Truss mehr. Drauf da. Aber es ist erst sowas von... What? Von links auch noch, von links auch noch. Das sind zwei Teams. Find ich, find ich, find ich den. Find ich den einen Typen. Find ich beide. Boah, Schönheit. Schönheit. Oh mein Gott. Vertreib. Schönes Ding. Maggi. Ja, ich bin für dich. Ich bin für mich. Ich bin für ein Jahr. Ich bin für drei aufgetreten. Ich bin für drei aufgetreten. Ich bin für mich. Mann. du hast kein leben verloren doch cnp wieso ich hab die bandages vergessen kann es sein dass du irgendwie noch mehr gegner ich hab grad noch gesagt ja das ist tot das kannst du nicht überleben die sind abgelenkt die sind abgelenkt oh mein gott ich hab nur gedacht okay ich bin tot dass sie rein gehen die sind direkt bei uns glaube ich die die sie haben wie sie die kommen k k k k ich bin so was von Tod anfangs von Tod, ich bin so was von Tod. Wie viel Leben hast du? Äh, eins. Ja, warte mal. Ja, noch in die Runde, noch zu Ende. Ich hab vier Kills. Einen. Ich hab Minis. Hast du noch mehr die Kills? Nee, ich hab leider Rachen verbraucht. Ja, schade, egal. Hast du Minis für mich? Ja, ja. Komm ich mich auch? Warte mal, bitte. Alter. So was von Witzer des Todes. Äh, wir haben zwei jetzt fünf Kills, aber passt schon. Wir haben einen, eins, kurz und dann noch einen erledigt. Ich hab keinen Frankenstein. Wir sind nicht zu weit weg. Oh, noch. Es sind noch eins und zwei. Oh, tschüss, direkt vor uns. Ich hab einen. Du. Ich hab... Wie viel Materialien hast du? Ich hab nur 200 Holz. Ich hab nur 200 Holz und 100... ... Steine, wie soll das denn? Hast du... Nehmens etwa? Ja, entschuldigung, komm her. Ich bin so halt ein kleiner Bauer. Ich bin ein Bauerarbeiter. Ich bin ein Bauer. Hier liegt noch Holz. Komm mal her. Hier ist das Lampet. Digger, warte, ich nimm das, ich schüsse das Medi-Pack. Komm bitte her. Chill. Ich hab die voll live, Alter, wieso hab ich das... Oh mein Gott. Ich hab die voll live, Alter. Einer ist da oben. Oh mein Gott, let's go, boy! Ja, du kannst jetzt! Ich schick dir einfach. Boy, let's go, man. Erstmal du gegen Squat gewonnen. Haben wir wirklich du gegen Squat gespielt? Ich hab Nachrichten bekommen in das Film. Das war Squat, Alter. Oh mein Gott. Wir haben ernsthaft du, du hast Squat gespielt. Ey, gib mir deine Nummer. Wir haben wirklich alle fünf Leute zugeschaut. Was hast du gesagt? Immer deine Nummer. Zwölfjähriges Kind ist besser als ich im Livestream. Was machst du im Livestream? Ist dir nicht aufgefallen, ne? Wie heißt du? Ähm, Lecht? Ja. Ja, ich wusste es wegen diesem Namen. Ich bin kurz übertragen. Was empfiark. Nicht hoch?